Ich bin wahrscheinlich der einzige öffentlich auftretende Linke im deutschsprachigen Raum, der keine brillante Analyse der US-Waren hat und ich muss zugeben, dass diese Waren mich sogar relativ wenig interessiert haben. Eine andere Frage ist mir in den letzten Tagen aber nicht aus dem Kopf gegangen. Warum interessiert ihr euch eigentlich so besessen für US-Politik? In meiner Social-Media-Timeline hätte ich in den letzten Tagen leicht den Eindruck gewinnen können, in den USA zu leben oder zumindest nur lauter amerikanische Social-Media-Bekanntschaften zu haben. Jeden Tag sah ich bei jedem Öffnen von Instagram oder Facebook Dutzende von besorgte oder hoffnungsvolle Analysen jeder neuen Wahlumfrage, die mal Trump ein Prozent vorne sah, mal Harris. Ich sah Dutzende Beiträge von Leuten, die darüber berichteten, wie sie sich wach zu halten, gedenken, um die Auszählung in der Wahlnacht live mitverfolgen zu können. Und ich sah natürlich am Morgen, nachdem Trumps Wahlsieg festgestellt worden war, eine Flut von panischen und verzweifelten Posts über die Apokalypse, die nun uns allen bevorstehe. All diese Beiträge irritierten mich einerseits, weil es scheint, als habe in den letzten paar Jahren eine allgemeine Amnesie stattgefunden, was die Tatsache angeht, dass es schon einmal eine Trump-Regierung gab. Und wie unglaublich wenig sich diese in ihrer praktischen Politik von der Regierung selbst eines als vergleichsweise links geltenden demokratischen Präsidenten wie Obama-Unterschied. Und zwar sogar in den in gesellschaftspolitischen Fragen, die für linksliberale Identität so viel ausschlaggebende als Außen- und Kriegspolitik sind. Obama war nicht nur der kriegerischere Präsident als Trump und ließ nicht nur viel mehr Menschen im globalen Süden von US-Drohnen, Raketen und Marines massakrieren. Unter der Regierung Obama fanden auch mehr Abschiebungen statt als unter der Regierung Trump. Ich musste mich darüber wundern, inwie allgemeine Vergessenheit diese demonstrativ bewiesene Tatsache gefallen ist, dass Demokraten und Republikaner in den USA noch stärker als die Großparteien der meisten europäischen Staaten ein bloßes Theaterstück aufführen, in dem als Banner vor sich hergetragene progressive oder konservative Identität ein bloßer wahltaktischer Marker sind, um nach Erreichen der Macht den amerikanischen Imperialismus auf eine faktisch nahezu ununterscheidbare Weise zu verwalten. Es ist eine Show, die ein bisschen an Wrestling-Schaukämpfe erinnert, in denen die einzelnen Kämpferinnen einstudierte, grotesk überzeichnete Rollen aufführen, um durch die Überbetonung holzschnittartiger Charakterstereotype eine gewisse emotionale Identifikation des Publikums mit diesem ansonsten doch eigentlich ziemlich öden Laien-Schauspiel zu ermöglichen, das nach immer denselben vorhersehbaren Regeln abläuft, egal wer als Sieger bestimmt worden ist. Ich musste mich darüber wundern, wie sehr selbst Linke, die sich sonst als nüchterne Beobachterinnen des Weltgeschehens sehen, in diesem Theaterschaukampf emotional so involviert sind, wirklich zu glauben scheinen die Frage, welcher Oligarch bzw. Oligarchen-Knecht an die Spitze der mächtigsten und brutalsten Gewaltmaschinerie des imperialistischen Weltsystems tritt, entscheide über die Erlösung oder den Untergang der Welt. Ganz wie bei den Schicksalswahlen im Jahr 2000, als die Welt untergehen sollte, weil nun der evangelikale Christ Bush ins Weiße Haus einzog. Oder den Schicksalswahlen 2004, als es darum ging, die Welt zu retten, weil in der zweiten Amtszeit Bush gewiss den Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Oder den Schicksalswahlen 2008 und den Schicksalswahlen 2012, als die Welt gerade noch durch die Wahl des linksliberalen Messias Obama gerettet wurde. Oder den Schicksalswahlen 2016, als Trumps erster Wahlsieg bekanntlich in die Errichtung einer faschistischen Diktatur führte und zum täglichen Auslösen des roten Knopfes zum Frühstück. Oder den Schicksalswahlen 2020, als die Wahl des seriösen, echt staatsmännischen und höchstens ein bisschen dementen Biden statt des unberechenbaren Clowns Trump die Welt mal wieder erfolgreich rettete. Es ist immer Schicksalswahl für diese seltsame Bubble überwiegend linksliberaler europäischer USA-Wahl-Nerds und 2028 wird natürlich wieder über die Zukunft der Menschheit entscheidender Schicksalswahl sein. Aber noch mehr als dieser sonderbare Glaube an die ewige Schicksalsträchtigkeit elektoralen Hin und Herst zwischen zwei konservativen Milliardärsparteien an der Spitze eines dauerkriegführenden imperialistischen Monstrums irritiert mich an dieser Flut von Wir-werden-alle-untergehen-Posts etwas anderes. Die seltsame Überzeugung davon, dass der Ausgang von US-Wahlen ihr eigenes Leben auf einem anderen Kontinent massiv beeinflussen würde. Diese Wir-bleiben-die-ganze-Nacht-wach-um-emotionale-Erregung-fiebernd-leif-die-US-Wahlauszählung-zu-verfolgen-Bubble scheint irgendwie zu glauben, dass sie selbst Amerikanerinnen seien und diese Wahlen für sie in Berlin und Wien selbst ähnlich relevant sein, wie für die Bewohnerinnen von New York und Los Angeles. Natürlich sind die US-Wahlen ein weltpolitisch wichtiges Ereignis. Die USA sind immer noch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht und die größte Militärmacht der Welt. Die USA sind die aggressivste imperialistische Großmacht und ihre außenpolitische Ausrichtung ist sehr relevant nicht nur für ihre unzähligen direkten Opfer im globalen Süden, sondern auch für die Frage, ob eine direkte militärische Konfrontation zwischen großen imperialistischen Mächten droht. In ihrer außenpolitischen Orientierung, in der Frage, mit wie hoher Aggressivität die USA ihre Militärmacht einsetzen sollen und gegen welche Rivalen diese Aggressivität sich in erster Linie richten soll, gibt es zwischen republikanischem und demokratischem Establishment durchaus Unterschiede. Und nüchtern zu analysieren, inwiefern eine Präsidentschaft Trump die Gefahren des imperialen Großkrieges erhöht oder senkt, ist eine wichtige Aufgabe. Ich sage nicht, dass europäische Linke die US-Wahlen ignorieren sollten. Natürlich sollten sie versuchen, deren mutmaßliche Auswirkungen zu erfassen. Aber die US-Wahlen sind eben einer unter Dutzenden wichtigen Aspekten, die die weltpolitische Großwetterlage bestimmen. Und sie sind dafür nicht mehr wirklich wichtiger als die innenpolitischen Entwicklungen in China, Russland oder spezifisch für Europa in Frankreich, für die das deutsche Publikum und auch besonders politisch engagierte Linksliberale sich aber kaum interessieren. Die USA-Fixiertheit der westdeutschen Öffentlichkeit und besonders des liberalen westdeutschen Bürgertums rührt aus den Nachkriegsjahrzehnten. Als diese Fixiertheit noch gewissermaßen der Realität entsprach, dass die USA tatsächlich die aller anderen Mächte völlig in den Schatten stellende dominante Führungsmacht so ziemlich der gesamten kapitalistischen Welt im globalen Systemkampf gegen den sozialistischen Teil der Welt waren. In den 60er Jahren entfielen etwa 40 Prozent des gesamten globalen BIP auf die USA. 1965 betrug das amerikanische BIP 742 Milliarden Dollar und war damit knapp doppelt so groß wie das BIP aller kapitalistischen Staaten Europas zusammengenommen. Die Volkswirtschaft der BRD, der zweitgrößten damaligen kapitalistischen Volkswirtschaft der Welt, betrug 134 Milliarden Dollar, war also mehr als fünfmal kleiner als die US-amerikanische. Die heutige Realität ist aber eine vollkommen andere. Die größte Volkswirtschaft der Welt ist heute die chinesische und zwar mit Abstand. Das kaufkraftbereinigte BIP Chinas beträgt aktuell 37 Billionen Dollar versus 29 Billionen in den USA. Indien hat immerhin etwas mehr als die Hälfte der Volkswirtschaft der USA mit 16 Billionen und ist mit einem Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent gegenüber 2,5 Prozent in den USA auf dem Weg bald zwei Drittel der US-Ökonomie zu erreichen. Die kombinierte Volkswirtschaft der Eurozone ist kaufkraftbereinigt mit 28 Billionen fast genau gleich groß wie die der USA. Die USA sind natürlich weiterhin eine Macht ersten Ranges, aber sie sind nicht mehr der Welthegemon der kapitalistischen Welt, wie sie das in den 60er Jahren waren. Auch für Deutschland und Westeuropa im Allgemeinen sind die USA ökonomisch nicht mehr von herausragender Bedeutung. Deutschlands größter Handelspartner ist heute China. Die USA kommen zwar auf Platz zwei, aber nur sehr knapp vor den Niederlanden. Sprich, die direkte ökonomische Relevanz der USA für den deutschen Außenhandel entspricht etwa der der Niederlande. Die Bedeutung der weitgehend deindustrialisierten USA für den Handel mit physischen Gütern wird dabei jedes Jahr stärker von China überflügelt. Die Wirtschafts- und Handelspolitik Chinas ist für in Deutschland lebende Menschen relevanter als die der USA. Trotzdem interessiert sich in der deutschen Öffentlichkeit fast niemand wirklich für die Details der politischen und ökonomischen Entwicklung Chinas. Und während jede neue Wahlumfrage aus den USA in 100 Analysen deutscher Medien lang und breit diskutiert wird, werden Personalwechsel in den höchsten Rängen der chinesischen politischen Führung höchstens in den Randnotizen der großen bildungsbürgerlichen Zeitung mal erwähnt. Während jeder durchschnittliche deutsche Zeitungsleser ein nuanciertes Psychogramm selbst der Vizepräsidentschaftskandidaten Walz und Vance vor Augen hat, wird in Deutschland fast niemand den Namen auch nur eines chinesischen Ministers kennen, obwohl der Staat, an dessen Spitze diese stehen, mittlerweile in vieler Hinsicht die größte Macht der Erde ist. Aber diese außenpolitische Ignoranz gegenüber allem außerhalb der USA erstreckt sich sogar auf die nächste Nachbarschaft Deutschlands in Europa. Selbst über die Innenpolitik Frankreichs, also Deutschlands größtem und wichtigsten Nachbarstaat, sind selbst die meisten in Sichtweite zur französischen Grenze lebenden Deutschen weniger informiert als über die US-amerikanische. Obwohl die Bedeutung Frankreichs als der zweitgrößten Macht der EU für in Europa lebende Menschen zweifellos viel akuter und größer ist als die der USA. Die politische Entwicklung Frankreichs entscheidet in höchstem Maße darüber, wohin EU und Eurozone sich entwickeln, in denen wir doch leben. Menschen in Saarbrücken fühlen sich Washington oft näher als dem anderthalb Stunden Zugfahrt entfernten Paris. Und während jeder in Deutschland eine starke Meinung zu den US-amerikanischen Imperialkriegen im Irak oder Afghanistan hat, sind die zig französischen Imperialkriege der letzten Jahrzehnte in Westafrika wahrscheinlich dem Großteil der deutschen Öffentlichkeit nicht einmal bekannt. Und noch seltsamer, die obsessive US-Fixiertheit der politisch interessierten deutschen Öffentlichkeit erstreckt sich nicht nur auf die Außen- und Handelspolitik der USA, die das Leben in Europa immerhin noch in relevantem Maß tangiert, sondern auch und gerade auf deren Innen- und Gesellschaftspolitik. Die europäischen US-Wahldiskussionen drehen sich in erster Linie gerade nicht um Trumps oder Harris mutmaßliche Außen- und Handelspolitik, also Dinge, die für ein Europa lebende Menschen irgendwie praktisch relevant wären, sondern weit überwiegend um deren mutmaßliche Innen- und Gesellschaftspolitik, also Dinge, von denen niemand außerhalb der USA jemals irgendwie betroffen sein wird. Natürlich ist es nicht verkehrt, auch die Innenpolitik und die gesellschaftliche Entwicklung in bedeutenden Staaten zu analysieren, von denen man selbst nicht direkt betroffen sein wird. Und natürlich ist es legitim, bedrückt zu sein von den zu erwartenden Auswirkungen reaktionärer innenpolitischer Maßnahmen einer Trump-Regierung, unter denen Millionen amerikanische Frauen, Migrantinnen und Armen noch etwas mehr leiden werden als wahrscheinlich unter einer demokratischen Regierung. Aber wenn abstraktes Mitgefühl mit den Opfern reaktionärer Politik der Antrieb dieses außerordentlich starken Interesses an US-Innenpolitik ist, warum interessieren indische Wahlen dann in Deutschland praktisch niemanden, obwohl von den Wahlergebnissen in Indien das Leben von mehr als viermal so vielen Menschen direkt betroffen ist? Warum hat fast niemand in Deutschland irgendeine Meinung zu indonesischen Wahlen, obwohl deren Ausgang fast genauso viele Menschen betrifft wie US-Wahlen? Warum kennt in Deutschland praktisch niemand auch nur die Parteien, die antreten, das Schicksal der 220 Millionen Menschen in Nigeria zu bestimmen? Ein Grund für diese völlig überproportionale deutsche Interesse an US-Politik wird ein ganz trivialer sein. Die Dominanz der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die dazu führt, dass ein weit überproportionaler Anteil der auch in Europa konsumierten Filme, Serien, Musik und so weiter aus den USA kommen. Und Menschen in Deutschland und Europa überhaupt dadurch eine Nähe, eine Verbundenheit zur US-amerikanischen Gesellschaft suggeriert wird, die in der Realität gar nicht besteht. Menschen, die täglich Filme oder Serien schauen, die in New York, Los Angeles, Chicago oder Miami spielen, werden irgendwann den Eindruck gewinnen, die US-Gesellschaft intim zu kennen, ja selbst irgendwie Teil davon zu sein. Selbst wenn sie niemals in den USA waren, niemanden in den USA kennen und die USA ihr reales Leben tatsächlich in keiner greifbaren Weise beeinflussen. Umgekehrt sieht in Europa fast niemand jemals chinesische oder indische Serien und Filme. Und während noch in den 60er, 70er Jahren beispielsweise französisches, italienisches oder skandinavisches Kino in Deutschland intensiv rezipiert wurde, ist selbst die Kulturproduktion der großen europäischen Nachbarländer eine von der breiten Öffentlichkeit weitgehend ignorierte Sache fürs Arte-Nacht-Programm geworden. Wenn die breite Öffentlichkeit in Deutschland aber keine französischen Filme mehr schaut, aber ständig US-amerikanische, dann führt das eben zur skurrilen Verzerrung der Wahrnehmung, dass einem Los Angeles subjektiv näher und verständlicher scheint als das ein paar Kilometer entfernte Frankreich, dessen Gesellschaft mit einem selbst und dem eigenen Leben tatsächlich viel mehr zu tun hat. Einmal ganz zu schweigen von Shanghai oder Mumbai. Diese tatsächlich eigentlich sehr bornierte, einengende Beschränkung der eigenen kulturellen Rezeption auf die USA wird dabei gerade unter vielen Linksliberalen als ein identitätsstiftendes Banner geradezu vor sich hergetragen. Jeder wird schon einmal Berührung mit dem Typus gehabt haben, der nach etwa fünf Sätzen Konversation über jedes nur erdenkliche Thema betont, dass er natürlich nur englischsprachige Filme und Serien in der Originalversion schaut und in mitleidiger Verachtung über Leute spricht, die deutschen oder überhaupt europäischen Content schauen und sich dabei sehr kosmopolitisch und weltoffen fühlt, weil er sich in seinem Kulturkonsum niemals mit Hannover oder auch Lyon abgeben würde, sondern nur mit New York und Los Angeles, also der echten weiten Welt. Und dann Ansatz zu einer Erklärung über irgendein nerdiges Detail US-amerikanischer Innenpolitik, über das er kürzlich einen Podcast gehört hat. Es ist ein Typus, der einem bekannt vorkommt aus den russischen Gesellschaftsromanen des 19. Jahrhunderts, wo es in jeder entlegenen Provinzstadt des Zahnreiches eine Handvoll frankophiler Weltbürger gibt, für die die Welt ein Synonym für Frankreich oder genauer gesagt Paris ist, die in jeden Satz einen französischen Aphorismus einstreuen, französische Zeitschriften abonniert und sehr starke Meinungen zu irgendwelchen Literatenstreitigkeiten im 3000 Kilometer entfernten Pariser Bohemsalons haben. Es ist dann auf komische Weise im Gegensatz zu seinem Selbstverständnis gerade sehr provinzieller Typus wie seine heutigen US-fixierten Pendants. Aber diese übermäßige Faszination, ja Identifikation, gerade deutscher Liberaler gegenüber der US-Politik wird noch tiefere Ursachen als eine bloße Wahrnehmungsverzerrung durch massenmediale Prägung haben. Das liberale Bürgertum der BRD hat seit der Ära des Kalten Krieges eine starke Neigung, die BRD als eine Art Verlängerung der USA oder zumindest als wichtiges Glied eines geeinten Westens sehen zu wollen, weil diese Vorstellung einen moralisch geläuterten Ersatz für die gescheiterten und diskreditierten nationalen deutschen Weltmachtbestrebungen liefert. Der Griff nach der Weltmacht ist dem deutschen Nationalstaat aus eigener Kraft zweimal misslungen. Und man kann auch nicht gerade sagen, dass Softpower zu den Stärken des deutschen Imperialismus gezählt hätte. Die deutsche Großmachtpolitik hatte den Ländern, die sie sich direkt oder indirekt unterworfen hatte, nie eine überzeugende geschichtsphilosophische Erzählung zu bieten, warum sie die deutsche Vorherrschaft akzeptieren, ja begrüßen sollten, außer wenn ihr rebelliert, dann schlagen wir euch den Schädel ein. Wenn man statt eines gescheiterten, ausdrücklichen nationalen Weltmachtstrebens aber eine von den USA geführte westliche Gemeinschaft konstruiert, in der eine moralisch geläuterte BRD als von Washington gelobter Musterschüler mitmarschiert, dann ist man auf einmal nicht mehr nur wieder Teil einer imposanten Weltmacht, sondern ist bei seinem imperialen Streben auch moralisch reingewaschen. Denn die USA und nach 1945 dann der ganze US-geführte westliche Block haben bekanntlich nie schnöde nationale Machtpolitik getrieben, sondern militärische wie Handelskriege immer nur aus messianischer Berufung geführt, der Menschheit das Licht der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte zu bringen. Wenn die BRD Teil dieser glorreichen US-Mission für die Freiheit wird, dann fügen sich die Expansions- und Machtbestrebungen der deutschen herrschenden Klasse ganz harmonisch in den Plan der allgemeinen Menschheitserlösung ein. In deutlichem Kontrast zur bornierten egoistischen Machtpolitik des alten deutschen Reiches, aus dessen Geschichte man schließlich gelernt und die man bewundernswert erfolgreich aufgearbeitet habe. Durch die enge Bindung der BRD an den US-Imperialismus, aus dessen Juniorpartner, gehört man plötzlich nicht nur zum Lager der Stärksten, sondern endlich auch zu den Guten. Das steht übrigens in keinem Widerspruch dazu, dass dieselben Leute sich oft scharf ablehnen gegenüber konkreter amerikanischer Außenpolitik, beispielsweise unter Bush oder Trump äußern. Ja, es liegt eine gewisse innere Logik darin. Die Außenpolitik Bushs wie auch Trumps zeichnete sich dadurch aus, die Interessen seiner europäischen Verbündeten gering zu gewichten. Ja, sie oft offen zu brüskieren und demonstrativ über sie hinweg zu gehen. Gerade besonders US-fixierte deutsche Liberale begegnen Bush oder Trump mit besonders schriller Entrüstung, weil deren plump unverhüllte nationale Machtpolitik sie zwingt, der unerfreulichen Realität ins Auge zu blicken, dass es diesen auf messianischer Mission befindlichen geeinten westlichen Block so gar nicht gibt. Die USA sich weiterhin als eine durchaus eigenständige Macht mit ganz eigenen nationalen Machtinteressen verstehen, die die Interessen ihrer europäischen Verbündeten nur soweit berücksichtigen, wie das in ihrem eigenen strategischen Interesse liegt. Bush, Trump und Co. empören deutsche Liberale so sehr, weil deren wilhelminisch direkt formulierte Außenpolitik ihren schönen Traum von der auf ewiger Seelenverwandtschaft basierenden amerikanisch-europäischen Schicksalsgemeinschaft zerreißt. Sie wollen die USA als ewigen Hegemonen, aber als guten Hegemon, der seine europäischen kleinen Geschwister liebt und achtet. Deswegen ist die Fassungslosigkeit über Trump so besonders groß, denn Trumps Andeutung einer isolationistischen Außenpolitik und seine Äußerungen darüber zugunsten irgendwelcher europäischen Vasallen bestimmt keine Konfrontation mit Russland zu suchen, konfrontiert die deutschen Liberalen ziemlich hart mit der Realität, dass ihre Interessen den USA letztlich relativ egal sind, wenn sie nicht im gleichen Maße im US-Interesse liegen. Deutschlands langer Weg nach Westen, den BRD-Staatshistoriker wie Heinrich August Winkler beschwören, wird auf einmal gegenstandslos, wenn die USA als überragender Hegemon dieses Westens an ihren westeuropäischen Junior-Partnern gar kein so großes Interesse mehr haben, weil beispielsweise die Rivalität mit China in Ostasien viel wichtiger geworden ist. Die Welle der Fassungslosigkeit über Trumps Sieg in der deutschen medialen Öffentlichkeit ist ein Empörungsschrein Richtung Washington, besinne dich deiner Verpflichtungen gegenüber deinen Schutzbefohlenen. Die Befürchtungen über innenpolitisch reaktionäre Maßnahmen der Trump-Regierung sind daneben rhetorische Dekoration. Ein Staat, der mit Saudi-Arabien und Erdogans Regime eng verbündet ist, werden das Abtreibungsrecht oder der Schullehrplan in den USA tatsächlich herzlich wenig jucken. Nicht zuletzt deswegen sind besonders die grünorientierten Teile des deutschen Bürgertums oft auch nicht nur fanatisch proatlantisch, sondern gleichzeitig auch Fürsprecher einer Entwicklung der EU zu einer bundesstaatlich geeinten Supermacht. Hauptsache irgendwie Teil einer imposanten Weltmacht sein, die der Menschheit mit Nachdruck unsere weit überlegene Moral bringen kann. Sei es nun als Teil eines US-geführten gesamtwestlichen Imperiums oder andernfalls eben als Führungsmacht eines spezifisch europäischen Imperiums. Angesichts der Tatsache, dass es für die Realisierung solcher Träume des liberalen deutschen Bürgertums momentan ziemlich schlecht läuft, gehen dessen publizistische Repräsentantin immer häufiger einfach zu purer Realitätsverweigerung über. Seit längerer Zeit deutlich ist das beispielsweise in der deutschen Berichterstattung über den Ukrainerkrieg. Während die strategische Aussichtslosekeit der ukrainischen Lage seit langer Zeit offenkundiger, klare materielle Realität ist und die USA auch unter beiden schon vor Monaten still begonnen haben, die möglichst schonende Abwicklung dieses gescheiterten Krieges zu planen, fantasieren deutsche liberale Medien immer noch vom ukrainischen Sieg und dozieren darüber, dass es einen Verhandlungsfrieden mit Russland nicht geben darf, weil das ungerecht wäre. Und wenn die materielle Wirklichkeit für einen ukrainischen Siegfrieden nun einmal nicht existiert, na dann umso schlimmer für die dem Weltgeist entgegenstehende materielle Wirklichkeit. Bei der Berichterstattung bei den US-Wahlen setzte sich dieses Muster nahtlos fort. Alle US-Wahlumfragen zeigten in den Wochen vor der Wahl höchstens ein Gleichgewicht, eher eine Tendenz für Trump. Nichtsdestotrotz waren in einer vor ein paar Tagen veröffentlichten Erhebung etwa drei Viertel der befragten deutschen Journalistin fest vom Wahlsieg von Harris überzeugt und zeichnete die deutsche Berichterstattung Harris' Siege aus den zu erwartenden Wahlausgang. Schließlich, Harris muss siegen, damit das amerikanisch-europäische Bündnis gerettet wird. Und deswegen wird sie auch siegen und damit Schluss und Aus und Basta. Und nachdem es nicht so kam, wird der sich schon länger in der abzeichnende Sieg Trumps zu einer bizarren Unregelmäßigkeit im Gefüge des Universums erklärt. Zu einem unverständlichen Unfall, der die Wirklichkeit auf so empörende Weise diskreditiert, dass man zur Strafe künftig alle Beziehungen zu dieser ungehorsamen Wirklichkeit entrüstet abbricht. Es ist wohl kein Zufall, dass nach einer kürzlich veröffentlichten Umfrage knapp die Hälfte der deutschen Journalistin sich als grün nahe verortet. Es sind die Grünen doch die Partei eines gleichzeitig naiven, wie plump brutalen Idealismus, der glaubt, die Realität richtet sich nach den von der BRD formulierten moralischen Gesetzen und wo diese Gesetze gebrochen werden, gelte es ihnen auf drakonische Weise Geltung zu verschaffen. So, wenn eine Annalena Baerbock glaubt, ein Land wie Deutschland könne der Weltmacht China Morallektionen diktieren und wenn diese ignoriert werden, den von der Vorsehung geplanten Gang des Universums korrigieren, indem man eben zur Einforderung dieser Moral deutsche Kriegsschiffe vor die chinesische Küste schickt. Zur Entsendung deutscher Kriegsschiffe vor den Hafen von New York, um damit Trump zur Einhaltung der moralischen Verpflichtung der USA gegenüber ihren Juniorpartnern zu ermahnen, ist es glücklicherweise immerhin noch nicht gekommen. Und was lernen wir daraus? Für diejenigen Teile des deutschen Bürgertums, die auf die Karte einer Koppelung des deutschen Imperialismus an den US-amerikanischen setzen, ist die Fixierung ihrer Aufmerksamkeit auf die USA logisch. Für Linke, denen es nicht darum geht, ihrem Staat die effizientesten Wege zu erfolgreicher Machtpolitik zu weisen, sondern darum, die Welt, in der sie sich bewegen, erst einmal zu verstehen, gilt das nicht. Natürlich sollten auch wir uns mit der Politik einer immer noch so bedeutenden Macht wie den USA beschäftigen. Zumal die Ausrichtung der US-Außenpolitik auch gerade für uns in Europa ziemlich relevant für die Frage ist, wie wahrscheinlich ein Europa ausgetragener, offener Krieg mit Russland sein wird. Aber wenn wir ein breiteres Verständnis der Welt entwickeln wollen, sollten wir uns von dieser in der deutschen Medienwelt vorherrschenden US-Fixierung lösen. Und statt der tausendsten US-Wahlanalyse und dem millionsten Trump-Psychogramm vielleicht lieber einmal versuchen, uns grundlegendes Wissen über Politik und Ökonomie der Weltmacht China anzueignen und Grundzüge davon weiter zu vermitteln. Oder uns vielleicht einmal damit zu beschäftigen, in welche Richtung dann statt der US-Amerikanischen sich eigentlich die indische Innenpolitik und Gesellschaft entwickeln. Und vielleicht sogar einmal wirklich Wahlergebnisse in Indonesien beachten. Dann können wir vielleicht bei den nächsten, nun aber wirklich alles entscheidenden Schicksalswahlen in der Wahlnacht sogar guten Gewissens im Bett liegen bleiben. – und zwar die